Habt ihr heute vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht? Ja, wir sind sicher nicht so in den Abschluss gekommen, wie wir das wollten. Und dann sind wir leider durch einen Standard in Rückstand geraten, was es typisch ist für so ein Sengspiel, wo wir dort nicht wachsam waren. Ich hätte es gedacht, es hätte so ausgeht, wären ihr mit einem Punkt zufrieden gewesen? Würde ich nicht sagen, wir wollten diese drei Punkte. Im Spielverlauf nach hätten wir vielleicht einen Punkt genommen. Und jetzt stehen wir leider mit leeren Händen. Trotzdem, der Klaserhalt, der werdet ihr schaffen? Ja, wir haben jetzt immer noch fünf Punkte Vorsprung. Mal schauen, was die Klaser macht. Und dann packen wir das nächste Spiel gegen Wilde zu Hause.